Dieser Ton kommt euch doch bestimmt bekannt vor. Dann taucht im Kombi-Instrument servicefällig, Inspektion oder sowohl als auch. Der Öl-Service ist nichts anderes wie ein Ölwechsel und die Inspektion ist der Kundendienst. Das verlangt das Fahrzeug von euch und ihr sollt da quasi das Ganze abarbeiten und richtig zurückstellen. Das ist oft ein Problem, aber da zeige ich euch, wie das genau funktioniert. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie man mit dem VCDS-Programm die Rückstellung für den Service oder die Inspektion oder sowohl beides richtig zurücksetzt. Da gibt es immer wieder Fehler und nicht jeder erklärt das explizit ganz genau, was zu berücksichtigen ist. Ich erzähle euch, wo man diese PR-Nummern findet, die sind nämlich ganz wichtig zum Zurücksetzen von den ganzen Intervallen. Unter anderem möchte ich euch zeigen, woran der Fehler liegt, dass es im Tacho eine fehlerhafte Grundeinstellung gibt. Da gibt es einen Fehlercode dazu und da gibt es sogar Vorfälle, dass sogar manche Fahrzeuge die Hauptuntersuchung nicht bestanden haben. Und dann drei Punkte, warum das Zurückstellen nicht immer klappt. Und da möchte ich euch zeigen, was genau das Problem ist. Ich öffne das VCDS-Programm unter Anwendungen und Gateway Verbauliste, schaue ich mir, was alles vorhanden ist in diesem Fahrzeug. Und das Wichtigste ist, ist der Schalltafel-Einsatz. Wir loggen uns in den Schalltafel-Einsatz ein und schauen, ob irgendwelche Fehler vorhanden sind. Wichtig, denn wenn keine Fehler vorhanden waren, ist es schon mal ein gutes Zeichen, weil wenn irgendwas schiefläuft, passieren da ein paar Sachen, aber auf die gehe ich noch etwas später drauf ein. Das allererste, was wir machen ist, wir benutzen einen Filter, weil es gibt wirklich sehr viele Sachen zum Zurückstellen. Und ihr macht euch das Leben wirklich einfacher, indem ihr bei der Suchleiste unter WEV schon mal Sachen ausgrenzt. Das nächste ist die Warnung aktiv. Die setzt ihr zurück, das ist dieses Bimmeln oder diese akustische Warnung. Die könnt ihr dann zurücksetzen. Ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Denn es gibt ja sowohl als auch diese zwei Anzeigen und es gilt für beides. Also ihr könnt mit dieser Anleitung sowohl die Inspektion, den Service oder auch beides zurücksetzen. Macht es in dieser Reihenfolge, dann funktioniert das auf jeden Fall richtig und ihr kommt nicht durcheinander. In der unteren Leiste seht ihr neuer Wert eingeben und ihr müsst die Intervallanzeige oder dieses Bimmeln zurücksetzen. Ihr geht auf Zurücksetzen, Akzeptieren und das Steuergerät hat schon mal die Rücksetzung akzeptiert. Es ist aber wichtig, dass man auch schauen muss, ob das auch wirklich passiert ist. Denn es gibt ein paar Sachen, die man quasi überprüfen sollte, ob auch die Rückstellung richtig funktioniert hat. Ihr behaltet vorerst mal diesen WIV-Filter drin und geht auf folgende Punkte. Wegstrecke, Abinspektion, das ist nämlich wichtig. Der gespeicherte Wert sollte auf 0 sein. Dann hat dieses Menü quasi das richtig zurückgesetzt. Genauso wie die Zeitabinspektion muss auf 0 sein. Wenn ihr diese beiden Sachen habt, heißt es schon mal, dass diese Rücksetzung mal richtig funktioniert hat. Bevor es weitergeht, zeige ich euch mal, was dann passiert. Wir haben dann diese Meldung zurückgesetzt. Jetzt kann es noch sein, dass die Inspektion noch vorhanden ist. Jetzt ist natürlich die Inspektion fällig und ihr sucht in dem Filter das Wort FIX, also Fix. Und im Anpassungskanal sucht ihr ein paar Optionen raus. Und zwar, als erstes geht ihr auf die Fahrstrecke, seit letzter laufleistungsabhängige Inspektion. Diese setzt ihr dann auf 0 zurück. Das ist dann quasi der ganze Kundendienst in dem Sinne und akzeptiert das Ganze. Also das Steuergerät übernimmt, dann die Werte, wenn irgendwas schief laufen sollte, wird da ein Fehler auftauchen. Aber, wie gesagt, wenn ihr das Schritt für Schritt macht, passiert da wirklich nichts. Als nächstes benutzen wir den Anpassungskanal Zeit seit letzter zeitabhängiger Inspektion. Und diese müssen wir auch auf 0 zurücksetzen. So, damit quasi die Zeit, die abgelaufen ist, zurückgesetzt wird. Ihr müsst das Ganze akzeptieren. Das muss dann auf 0 Tage stehen, also dort wie Days. Ich habe noch ein paar Sachen kontrolliert und geschaut, ob das auch richtig zurückgesetzt worden ist, ob diese Tage und Kilometer zueinander passen. Da zeige ich euch nachher in der Tabelle, was es damit auf sich hat. Aber es sieht alles soweit gut aus und wir gehen mal weiter. Das heißt, die Inspektion wurde zurückgesetzt und im Kombi-Instrument taucht die Meldung nicht mehr auf. Wenn diese drei Sachen nicht zurückgesetzt werden oder quasi abhängig vom Service sind, dann leuchtet immer noch irgendwas und es funktioniert nicht richtig mit dem Zurücksetzen. Und da gehen wir jetzt auf die drei Punkte ein. Wenn ihr das soweit alles, wie bis jetzt gemacht habt und es funktioniert hat, alles okay. Aber es gibt noch eine Sache, die relativ wichtig ist und zwar die Ölqualität. Denn ihr könnt sowohl die Zeit als auch die Kilometer nicht gefahren haben und trotzdem kommt der Service, weil die Ölqualität schlecht ist. Das heißt, ihr setzt dann in dem neuen Wert die Qualität von schlecht auf gut wieder zurück und dann funktioniert das Ganze mit dem Service. Denn unter anderem ist auch noch der Rußeintrag eine relevante Sache oder unter anderem auch die taumische Belastung. Falls ihr irgendwelche Probleme habt mit dem nicht richtigen Zurücksetzen, setzt diese drei Werte auf 0 und probiert, ob dann der Service zurückgestellt worden ist. Ich kontrolliere mich zum Schluss noch selbst und lese den Fehlerspeicher aus und wenn nichts mehr blinkt oder leuchtet, dann habe ich den Service richtig zurückgestellt. Jetzt kommen wir zu den PR-Nummern. Diese PR-Nummern sind sehr wichtig. Wenn ihr mit einem Fremdtester etwas zurücksetzt, aber auch mit dem VCDS ein Problem habt, weil jemand einen falschen Service zurückgesetzt hat, habe ich für euch diese Tabelle zusammengefasst. In dieser Tabelle findet ihr die wichtigsten Service-PR-Nummern, mit denen ihr dann das Auto zuweisen könnt, welchen Service das Fahrzeug denn von Werk aus haben sollte. Aber da kommen wir nochmal drauf zurück, weil dann zeige ich euch, was es mit der Tacho-Grundeinstellung zu tun hat. Die Frage ist natürlich, wo finde ich diese PR-Nummer? Im besten Fall findet ihr das im Service-Heft auf der ersten Seite. Dort stehen dann diese PR-Nummern dran. Ihr müsst dann diese Buchstaben richtig raussuchen. Als zweites gibt es den PR-Aufkleber im Kofferraum, irgendwo in der Satzradmulde oder irgendwo auf dem Boden aufgeklebt. Und als allerletztes, wenn alle Stricke reißen, hat es entweder der Hersteller oder ihr habt Programme, mit denen ihr das rausfinden könnt. Also die drei Möglichkeiten bleiben euch, damit ihr wisst, was für ein Service denn richtig zugeteilt worden ist. Eine ganz wichtige Sache. Ihr seht, im Schaltafelleinsatz gibt es einen Fehler mit der Grundeinstellung vom Tacho. Aus meiner Erfahrung war zu 70% die Grundeinstellung quasi nicht durchgeführt. Ein Fehler aufgrund einer falschen Zurücksetzung oder Rücksetzung vom Service. Das heißt, jemand hat den Service nicht richtig zurückgesetzt und aufgrund dessen kommt dieser Fehler im Fehlerspeicher. Warum? Weil das Steuergerät weiß, welchen Service das Fahrzeug hat. Ich habe an diesem Fahrzeug den Service QI6 und das bedeutet, dass das Fahrzeug mit diesen Serviceintervallen quasi beschrieben worden ist. Wir gehen in den Anpassungskanal und dort müsst ihr nämlich schauen, was nicht zusammenpasst. Ich habe herausgefunden, dass es einen Punkt gibt, bei dem das eben nicht passt, also quasi diese falsche Zurücksetzung und ihr müsst einen Wert korrigieren. Es ist nicht immer für alles, aber jetzt schaut mal Folgendes an. Wenn wir den Minimalwert Kilometer Fahrleistungsinspektion auswählen, dann kann das nicht sein, dass wir 30.000 Kilometer fahren. Denn maximal ist 30.000 Kilometer und minimal auch 30.000. Das heißt, da liegt irgendein Fehler vor und das Steuergerät merkt das Ganze. Ihr müsst den Wert auf 15.000 Kilometer korrigieren, denn das ist die Mindestlaufleistung. Dann akzeptiert ihr das Ganze und das Steuergerät programmiert das Ganze wieder um. Jetzt machen wir Folgendes. Wir lesen den Fehlerspeicher erneut aus, löschen den und schauen, ob der Fehler wiederkommen wird. Und wie ihr sehen könnt, ist der Fehler weg. Ein regelmäßiges Problem, denn ich habe gemerkt, dass die Zubehörtester ab und zu das Fahrzeug nicht richtig zurücksetzen. Aber, das wollte ich euch erzählen, passt da auf, es ist nicht verallgemeinert, es kann sein, dass auch die Werte richtig sind, aber mit dieser PR-Nummer könnt ihr das Ganze richtig zurücksetzen. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gemacht und würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne etwas schreiben. Ich lese nämlich alle Steuergeräte aus, lösche den Fehlerspeicher und hinterlasse das Fahrzeug, Kombi-Instrument oder Schalltafelleinsatz dann leer. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.